Jo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin es wieder bei TomTV und willkommen zu einem neuen kleinen Vlog. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Und es gibt ein paar Neuigkeiten. Und zwar, wie ihr es eventuell schon an der Kameraqualität sehen könnt, ist das neue Handy da. Ja moin. Ist allerdings noch nicht freigeschaltet, weil es eben gedöhnt blablabla. Ich bin übrigens gerade eben aufgestanden, deswegen sind meine Haare ein bisschen komisch. Das heißt, es wird in der nächsten Zeit jetzt endlich, innerhalb der nächsten 24 Stunden, bald dann auch mal endlich ihr Airstreams von unterwegs, von überall geben. Umgrenzer Vertrag. Das Handy ist ein F21 5G. Auf jeden Fall nice Sache. Können euch auf jeden Fall drauf freuen. Und die Qualität in den Vlogs wird natürlich auch besser. Ja moin. Und zwar geht nicht mehr so. Ja moin. Jetzt erstmal einen Kaffee. Aber natürlich, wie gewohnt, darf auch die Melli in jedem Kaffee Vlog dich fehlen. Ja, du feine Melli in jedem Kaffee. Ja, du feine Melli in jedem Kaffee. Ja, du feine Melli in jedem Kaffee. Danke schön dafür. Danke schön dafür. So muss das sein, Leute. So kann man doch mal in den Tag starten. Wir haben gleich einfach schon bei 10 Uhr oder so. Läuft auf jeden Fall. Wir haben einfach schon halb 10 Uhr. Um halb 10 Uhr ist es aufgestanden. Naja, kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich muss sagen... Neues Handy Schalat, oder? Qualität? Was meint ihr? Schon ein großer Unterschied, ne? Ähm, ich meine... Selbst die Frontkamera hat jetzt Ultra-D. Ne? Also die Videos werden nur in 4K kommen. Was sagt ihr jetzt so? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. So! Ich würde dann auch mal sagen, das war es dann auch von dem kleinen Video. Sollte eigentlich nur als kleines Ankündigungsvideo kommen. Dass jetzt mein Handy da ist, etc. Und ihr einfach mal die Qualität gucken könnt und so. Ja, moin. So! Ich würde dann sagen, das war es dann von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Lasst einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und sag, schreibt mal haut rein. Das war wieder euer TobiTV. Und tschüss!